Ja, also Pflichttermin würde ich nicht sagen, weil ich gerne hier bin, weil es eine gute Sache ist, weil ich die zwei gerne unterstütze bei dem, was sie jetzt schon über Jahre hinweg tun. Ich glaube der Botschafterjob kam durch das, dass sie lange Zeit nicht hier waren in Freiburg und jetzt freut es mich natürlich, dass sie auch wieder hier sind und man hier dann einfach die Projekte so weiter gestalten kann und die zwei jetzt auch vor Ort wieder sind. Es war auch, bevor unsere Kleine da war, war es mir schon wichtig, sich ein Stück weit sozial zu engagieren. Ich habe bei mir in der Heimat das ein oder andere Projekt und als Matze und Chrissi auf mich zukamen, war es für mich überhaupt keine Frage, dass ich da auch gern mit dabei bin. Ich finde es extrem wichtig, dass diese Projekte unterstützt werden, gerade auch hier bei uns in der Region und ja, da freut es mich einfach, da weiterhin mit dabei zu sein.